Willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Mir ist ein kleines Malheur passiert in der letzten Aufnahme. Wie ihr seht, in unserem Inventar befindet sich ein verzauberter Bogen. Und ich glaube, da war noch ein bisschen mehr. Das ist mir genau hier in der Kiste haben wir das alles drin. Lapis zum Beispiel. Und zwar kam es dazu, dass ich in der letzten Aufnahme die Höhle erkunden wollte, die wir gesehen haben. Und scheinbar ist mir die Datei irgendwie beschädigt worden. Hier oben habe ich auch ein bisschen weitergebaut gehabt. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Und damit wir eben diese Zeit wieder gut hinkriegen, wie auch immer, erkunde ich jetzt die Höhle nochmal mit euch und versuche an der nächsten Aufnahme anzuknüpfen. Ich hoffe, mir gelingt das. Vielleicht finde ich es sogar dieselbe Stelle, wo ich denn noch stand. Denn das wäre ja natürlich schon geil. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Dann laufen wir hier nämlich hin. Fackeln haben wir noch. Also die Zäune wird jetzt eigentlich nicht gebraucht. Aber naja gut. Halt hier war die. Da sind wir nämlich einfach... Nein, hier war die nicht. Die war hier. Da bin ich nämlich einfach kamikazemäßig runtergehüpft. Und haben wir dann hier, glaube ich, irgendwo... Genau hier. Eine kleine Treppe gebaut. Und es ist eigentlich schade, dass die Aufnahme weg ist, weil ich habe mich da echt mit Creepern rumgeschlagen. Und zwar von allen Seiten. Das hat nur noch... Gebummst, gerummst, ge... Aua gemacht und so. Von allen Seiten. Oh, hier ging es nämlich noch weiter runter. Wir waren wirklich bis... Ziemlich weit unten. Aber... Jetzt setzen wir den Bogen einfach mal direkt ein. Komm her hier. Alles klar. Ob wir da rüberkommen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Holz. Oh ja, wir haben ja alles an Holz mitgenommen. Nur keine Erde. Creeper. Zwei Stück. Machen wir das wieder so wie letztes Mal? Oder... Ja, los. Zack. Boah, gleich ruckel. Gleich ruckel. So. Na, da kommt er hier eh nicht hin. Jetzt schnappen wir uns erstmal die Skelette hier, die liegen wir vom Sack. Boah, es ruckelt aber auch ein bisschen stark doll. So. Noch ein Skelett. Und noch ein Skelett. Also wenn ihr so schnell Skelette spawnen, würde ich glatt sagen, dass hier ein Spawner in der Nähe ist. Ich stelle mich mal kurz in die Ecke. So. Und wechsel mal ganz dezent die Playlist. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Und suchen nochmal die Stellen, an denen wir vorher waren. Beziehungsweise jetzt können wir die Stellen erkunden, wo wir noch nicht waren. Was so ziemlich überall wäre. Na los, hoch da. Zack. Ja, ist wirklich schade hier. Und alles weg war. Da war richtig Action von allen Seiten. Creeper, Zombies, Skelette. Dann kam noch eine Spinne. Und alle weggehauen. Alle. Wir haben überlebt. Mit einigen Kratzern. So, das Lapis nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, wofür man es mal brauchen könnte. Zombie, ouch. So. Auf jeden Fall können wir hier super EP farmen. So. Hier ist ein Lavaloch. Da habe ich in der letzten Folge, glaube ich, ein Skelett reingeschubst. Ah ne, da waren wir noch gar nicht. Das war ein anderes Lavaloch. Auf jeden Fall habe ich ein Skelett reingeschubst. Weil es hat meine Mama beleidigt. Und da habe ich gleich gesagt, äh, ne. So nicht, mein Freund, so nicht. So. So, mal gucken hier. Wo war ich denn beim letzten Mal? Bin ich. Hier ist das Lavaloch, wo ich das Skelett reingeschubst habe. Aber da will ich nicht hin. Ich will zu dem Ort, an dem die nächste Folge beginnt. Ob ich das schaffen werde? Sofort in der nächsten Folge. Hahaha. Nein, Quatsch. Na, so. Da. Wer schreibt mir denn? So. Ähm. Was war hier? Hier sind wir, glaube ich. Sind wir hier runtergefallen? Runtergestürzt? Oh, ein Skelett. Und ein Creeper. Dieses Survival Creeper. Mondstein. Flieg und Sieg. Bam. Muss gar nicht so rumzischen. Verzüchtig. Ui. Hier wollen wir auch noch nicht. Sind wir hier oben? Da geht's noch höher. Nein. Autsch. Oh nein. Jolt. Wir haben Jolt gefunden. Jolt. Geil. Gold. Erstmal ausleuchten. So. Super. Wir haben unser erstes Gold gefunden. Da freue ich mich. Jetzt hätte ich gerne noch Diamanten und dann wäre es perfekt. Oh oh. Toll. Jetzt habe ich hier echt kein... Kies und ein Erder. Können wir uns hier irgendwie rüber bauen? Ja nicht mit den Materialien, die wir hier haben. Wow. Wir sind richtig weit gekommen. Kies? Alter, wie tief ist das? Heftig. Ja, Holz können wir da nicht nehmen. Wir brauchen schon irgendwie Steine oder Erde oder... Da sind wir noch ein Stein. Machen wir das jetzt so. Na. Na. So. Ja, das war schlau. Jetzt kommen wir nicht mehr weg. So, 19 Steine. Ja. 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 Da ist nichts mit reingefallen. Ja. Reicht aber. So. Ich habe ja eine Idee, da wir hier gerade so schön beim Erkunden sind. Im Gegensatz zu der vorherigen Folge, Redstone, würde ich sagen, diese Folge lade ich einfach später hoch. Sodass die andere Folge, da fehlt denn zwar ein kleines Stück und das tut mir auch sehr leid. Aber... Das kriegen wir da hin. Mensch. Der Eisenblock, der grinst mich hier aber auch an. Oh. Hat das hier nur Lava? Mehr nicht? Wie langweilig. Na, fahre ich mir jetzt hier... Nee, da haben wir uns jetzt hier den Stress gemacht. Das glaube ich einfach nicht. Spiken wir hier mal rüber. Ja. Ich bin nicht in die Lava gefallen. Das wäre es jetzt gewesen. Da waren wir. Ja, wo sind wir jetzt hergekommen? Ach, von hier oben. Hier waren wir auch noch nicht. Oh, da ist aber dunkel. Da ist hell. Da ist hell. Ja. Na, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich das mache. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Ja, ich würde sagen... Hier stelle ich mich hin. So, dann gibt es die Folge doch schon... Äh... Dann gibt es die andere Folge doch schon einen Tag vorher. Eieieiei. Und dann schauen wir uns die Ecke da mal an. Das sieht interessant aus. Da geht es schön weit nach unten. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ob wir das hier jemals wieder rausfinden. Aber ob wir das erleben werden, das erfahrt ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü